Facebook-Story-Ads – Potenzial, Tipps und Tutorial für Ihre Video-Werbung Neuigkeiten für Werbetreibende Nach dem Erfolg der Instagram-Story-Ads können Unternehmen nun auch Werbung als Facebook-Story schalten. Warum Video dafür die bessere Wahl ist und wie sie eine optimale Facebook-Story-Ad erstellen, hören Sie jetzt. Facebook für Unternehmen Facebook ist mit einer Nutzerzahl von 2,3 Milliarden das größte soziale Netzwerk der Welt. Davon sind 1,5 Milliarden Nutzer sogar täglich auf Facebook aktiv, davon 32 Millionen deutschlandweit. Eine riesige Anzahl an Menschen, die potenziell erreicht werden kann. Eine Präsenz auf Facebook zu haben, kann sich für Unternehmen mehr als lohnen. Dabei ist Facebook-Marketing keineswegs nur etwas für große Unternehmen. Auch kleine und mittelständische Unternehmen wie Start-ups können von der Reichweite auf Facebook profitieren. Die Möglichkeiten für die Schaltung von Werbeanzeigen auf Facebook sind dabei vielfältig. Ob in den Feeds als Instant-Articles, in Stream-Videos, in der rechten Spalte auf dem Marketplace oder nun auch als Facebook-Story. Neu! Facebook-Story-Ads Großes Potenzial für Unternehmen Für Werbetreibende gibt es seit Neuestem nun auch eine weitere Variante, Werbung auf Facebook zu schalten. In den Facebook-Stories. Nach Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger und YouTube gibt es die Facebook-Stories für Nutzer seit März 2017 sowohl auf dem Desktop als auch in der Facebook-App in Form von kleinen, runden Profilbildern der Freunde, die eine Story erstellt haben. Stories sind bei den Nutzern sehr beliebt. Eine vom Social-Media-Riesen in Auftrag gegebene Umfrage zeigt, dass 68% der Befragten Stories regelmäßig in mindestens drei Apps nutzen. 63% wollen sie zukünftig noch häufiger verwenden. Kein Wunder! Neben dem stetig ansteigenden Trend zu Videocontent bieten Stories die Möglichkeit, interessante Inhalte schnell und unterhaltsam zu teilen und zu entdecken. Schon jetzt nutzen 300 Millionen Menschen jeden Tag Facebook-Stories und Messenger-Stories. Das Potenzial der Facebook-Stories für das Marketing von Unternehmen ist groß. Und Facebook weiß um diesen lukrativen Werbeplatz. Seit September 2018 können nun auch Unternehmen wie bereits bei Instagram mit Werbeanzeigen in den Stories sichtbar werden. Diese Anzeigen erscheinen bei Nutzern zwischen den Stories ihrer Freunde für bis zu 15 Sekunden. Werbung als Facebook-Story bietet Ihnen einen immensen Vorteil. Sie können Ihr Unternehmen besonders lebhaft und in Vollbildformat präsentieren und damit relevante Geschäftsziele erreichen. Studienergebnisse zeigen, nachdem die Befragten eine Story-Ad gesehen haben, haben 62% der Befragten mehr Interesse an einer Marke oder einem Produkt, tätigen mehr als die Hälfte mehr Online-Einkäufe, haben 38% der Befragten anderen Personen von Produkten oder Dienstleistungen erzählt, suchten 34% ein Geschäft auf, um mehr Informationen zu erhalten. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, welche Besonderheiten eine Facebook-Story-Ad hat, wie Sie das Beste aus Ihrer Werbeanzeige herausholen können und wie Sie Schritt für Schritt eine Facebook-Video-Story-Ad erstellen. Für die Schaltung einer Facebook-Story-Ad beziehen wir uns auf ein ganz bestimmtes Medium – Video. Auch wenn Bilder verwendet werden können, empfehlen wir Ihnen die Nutzung von Video für Ihre Facebook-Story-Ad. Sie folgen dabei nicht nur dem Trend zu immer mehr Bewegtbildern in sozialen Netzwerken, sondern werden auch dem heutigen Nutzerverhalten gerecht. Außerdem, eine statische Bild-Werbeanzeige als Facebook-Story wird nur 5 Sekunden lang gezeigt, während eine Video-Story-Ad bis zu 15 Sekunden lang eingeblendet wird. Ihre Video-Ad sollte demnach ab der ersten Sekunde überzeugen. Professionelle Video-Anbieter beraten Sie bezüglich des Konzepts und Storytelling und produzieren Ihr überzeugendes Social-Media-Video. Videoformat Für eine Facebook-Story-Ad eignen sich eigentlich alle auf Facebook unterstützten Formate. So zum Beispiel quadratische Videos oder auch Videos im Querformat. Die Vielfalt der verschiedenen Formate kommt daher, dass je nachdem, wo ein Video abgespielt wird, ein anderes Format genutzt wird. Grundsätzlich ist es also besser, das Größenverhältnis Ihres Videos für den spezifischen Einsatzort im Netzwerk zu optimieren. Tipp Eine Facebook-Story hat ein Idealformat von 9 zu 16, da die meisten Facebook-Stories auf dem Smartphone im Hochformat angeschaut werden. Wir raten Ihnen, Ihre Facebook-Video-Story-Ad genau in dieser Größe zu erstellen oder produzieren zu lassen. Denn bei jedem anderen Format passt Facebook das Video an das 19 zu 6 Format an und füllt den übrigen Rest mit einem Farbverlauf. Der Inhalt Ihres Videos wird dadurch nicht nur kleiner, sondern wirkt in seiner Gesamtheit auch unstimmiger. Warum Sie außerdem immer mit den richtigen Formaten arbeiten sollten, zum Beispiel, wenn Sie ein Video bewerben möchten, funktionieren manche Buchungsoptionen nur für bestimmte Anzeigen und Formate. Dazu aber später noch mehr. Videolänge Die Länge einer Facebook-Video-Ad kann 1 bis 15 Sekunden betragen. Wir empfehlen aber, die maximale Länge von 15 Sekunden auszunutzen. Wird die Story-Ad bis zum Ende angeschaut, profitieren Sie von einer riesigen Wirkungsfläche in Fullscreen, Ihrer Ad ganz allein. In Anbetracht der heutigen Informationsfülle geht es aber meist um jede Sekunde, die ein Nutzer Ihrem Video an Aufmerksamkeit schenkt. Mobile Videos im Newsfeed zum Beispiel werden von Nutzern durchschnittlich nur 1,7 Sekunden lang gesehen. Aber schon nach 0,25 Sekunden kann eine Erinnerung an Ihre Ad erzielt werden. Platzieren Sie Ihre Kernaussagen deswegen am besten in den ersten drei Sekunden. Ton im Video Grundsätzlich ist Ton in der Facebook-Story-Ad möglich, aber einplanen sollten Sie ihn nicht. Immer mehr Nutzer konsumieren Videos in den sozialen Medien mit dem mobilen Endgerät. Dabei finden 95% der Videoansichten ohne Ton statt. Bei 41% der hochgeladenen Videos ergibt der Bildinhalt ohne Ton keinen Sinn mehr. Tipp Erstellen Sie Ihre Facebook-Video-Story-Ads so, dass sie auch ohne Ton verständlich ist und überraschen Sie den Zuschauer mit Ton, wenn dieser am Smartphone eingeschaltet ist. Videogröße Hier müssen Sie sich keine weiteren Gedanken machen. Facebook führt keine spezifischen Videogrößen auf. Sie können alles hochladen, was nicht größer als 4 GB ist. Facebook übernimmt dann die Komprimierung und Optimierung Ihres Videos. Dateiformat Es werden fast alle Dateiformate unterstützt. Die gängigsten sind MP4, MOV oder GIF. Facebook selbst empfiehlt allerdings Tipps zur Optimierung Ihrer Video-Story-Ad 1. Abstand zum oberen und unteren Rand halten Facebook bindet am oberen Rand einer Story Ihr Profilbild, Ihren Namen und ein Exit-Icon ein. Am unteren Rand befindet sich der Call-to-Action-Button. Halten Sie also ungefähr 250 Pixel Ihres Videos frei von Text und Logos, um zu vermeiden, dass diese abgedeckt werden. Die wichtigsten Informationen sollten im zentralen 2 zu 3 Bildverhältnis enthalten sein. 2. Call-to-Action integrieren Für Ihre Facebook-Story-Ad ist es möglich, einen CTA-Button einzubinden. Und das sollten Sie auch unbedingt tun. Ein Call-to-Action kann Ihren Zuschauer zu einer gewünschten Aktion bewegen und somit Ihre Conversion steigern. Die Auswahl für Ihre Facebook-Story-Ad reicht dabei von klassischen CTAs wie mehr dazu, kontaktieren Sie uns oder Nachricht senden, bis zu spezifischen Aufrufen wie Speisekarte ansehen, Angebot beanspruchen oder herunterladen. 3. Text in die Ad einbinden Facebook spielt automatisch Videos ab und schaltet den Ton auch automatisch bei allen Videobeiträgen an. Dies gilt jedoch nur, wenn der Ton am Gerät auch wirklich eingeschaltet ist. Da Ihre Facebook-Story-Ad jedoch besonders kurz und am besten knackig ist, sollten Sie Ihre Zuschauer nicht mit zu vielen Informationen überhäufen. Hier gilt, weniger ist mehr. Binden Sie kurzen und prägnanten Text in Ihre Ad ein. Der Vorteil, Sie haben visuelle und inhaltliche Kontrolle über den Text. Sind Untertitel für Ihre Facebook-Story-Ad jedoch nicht vermeidbar, können Sie eine Untertiteldatei, eine .srt, bei der Personalisierung der Video-Ad hochladen. 4. Werberichtlinien von Facebook beachten Wenn Sie Ihren Ad-Text eingebunden haben, sollten Sie berücksichtigen, dass Facebook bestimmte Ads nicht veröffentlicht, die mehr als 20% Text beinhalten. Diese Regel ist ein Teil von Facebooks umfassenden Werberichtlinien. Wir empfehlen, diese vor der Erstellung Ihrer Video-Story-Ad durchzulesen. Darunter werden unter anderem Facebooks Gemeinschaftsstandards zur Kommunikation auf Facebook thematisiert, aber auch verbotener Content und nicht gestattete Inhalte angegeben. Besonders für Video-Ads macht Facebook zusätzliche Einschränkungen. Ihr Video-Content sollte nicht übermäßig störend sein, zum Beispiel durch blinkende Bildschirme. Besonders im Entertainment-Bereich achtet Facebook darauf, dass Content nicht gegen die Jugendschutzbestimmungen verstößt. 5. Auf dem aktuellen Stand bleiben Facebook ändert des Öfteren seine Spezifikationen. Gerade die Text- und Bildoptimierung ist ein Dauerthema. Wenn Sie nach aktuellen Infos bei Google suchen, werden Sie zahlreiche Beiträge, Infografiken und neue Tipps finden, welche aber nur bedingt aktuell sind. Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie den Facebook-Ad-Guide nutzen. Hier gibt Facebook feste Vorgaben für Werbetreibende. Zu jedem noch so erdenklichen Werbeformat bietet Facebook hier eine verbindliche Beschreibung, so auch zur Facebook-Video-Story-Ad. Tutorial Facebook-Story-Ad schalten Vielleicht haben Sie schon einmal eine Anzeige auf Facebook oder Instagram geschaltet. Dann wissen Sie auch, wie groß die Tool-Palette für das Targeting ist und wie viele Messmethoden es auf Facebook gibt, die auch plattformübergreifend eingesetzt werden können. Diese Tools sind im Werbeanzeigen-Manager und auch für die Facebook-Story-Ads verfügbar. Für ein besseres Verständnis hilft es, die Struktur des Werbeanzeigen-Managers zu verstehen. Dieser wird aufeinander aufbauend in Kampagnen, Anzeigen-Gruppen und schließlich Werbeanzeigen unterteilt. Im Folgenden zeigen wir Ihnen schrittweise, wie Sie Ihre Facebook-Story-Ad erstellen. Schritt 1 Kampagne erstellen und Ziel auswählen Gehen Sie in den Werbeanzeigen-Manager von Facebook und erstellen Sie eine Kampagne. Sie können nun Ihr Marketing-Ziel wählen. Ein spezifisches Ziel soll bei der Platzierung und Ausrichtung der Ad helfen, um Nutzer zu bestimmten Handlungen anzuregen und so den eigenen Geschäftserfolg voranzutreiben. Je nach Einsatz Ihrer Ad im Sales-Funnel wollen Sie vielleicht den Bekanntheitsgrad erhöhen, Personen zur Interaktion bewegen oder Interessierte zu einem Kauf motivieren. Facebook stellt die Zielauswahl diesen übergeordneten Zielen Bekanntheit, Erwägung und Conversion unter. Momentan können alle Ziele für die Facebook-Story-Ads ausgewählt werden, die auch für Instagram-Stories möglich sind. Warum wir das betonen? Die Auswahl des Ziels bestimmt das Format des Videos. Für das Format Facebook-Story-Ad ist also nicht jede Zielsetzung möglich. Sie können zwischen folgenden Zielen wählen, um eine Facebook-Story-Ad schalten zu können. Markenbekanntheit, Reichweite, Traffic, App-Installationen, Videoaufrufe, Lead-Generierung und Conversions. Schritt 2. Anzeigengruppe erstellen und Ad-Set anpassen Im nächsten Schritt gelangen Sie zu den Anzeigegruppen, die der Kampagne unterstellt sind. Hier machen Sie Angaben zur Zielgruppe, zur Platzierung, zum Budget und zum Zeitplan der Anzeigengruppe. Haben Sie Ihre Anzeigengruppe beschreibend benannt und Ihre Zielgruppe differenziert, der die Facebook-Story-Ad ausgespielt werden soll, können Sie unter Placements die Plattform Ihrer Anzeigenschaltung auswählen. Dabei müssen Sie die Einstellung von automatischer Platzierung zu Platzierung bearbeiten umschalten, um in der Auswahl Facebook-Stories auswählen zu können. Um ausschließlich die Platzierung in den Facebook-Stories zu nutzen, muss entweder Facebook-Feeds oder Instagram-Stories zusätzlich ausgewählt werden. Da Instagram-Stories vom Format her gleich sind, können Sie dieses auswählen. So wird Ihre Story-Ad auch in den Instagram-Stories ausgespielt. Nach den Platzierungen können Sie noch Einstellungen zum Budget- und Zeitplan vornehmen, um dann mit dem nächsten Schritt vorzufahren. Dem dritten Schritt. Anzeige gestalten Das Herzstück einer jeden Anzeigenschaltung. Die Werbeanzeige Nachdem Sie unter Identität die Facebook-Seite ausgewählt haben, mit der Sie mit Ihrer Ad sichtbar sein wollen, können Sie zwischen drei Formaten wählen. Ein einzelnes Bild, ein einzelnes Video oder eine Slideshow aus mehreren Bildern. In den Facebook-Story-Ad-Spezifikationen haben wir schon betont, welche Vorteile die Nutzung von Video für eine Story-Ad darstellt. Sie können natürlich auch eine Bild- oder eine Bildreihe als Facebook-Story-Ad veröffentlichen, nur wird diese nicht so lange wie eine Video-Ad, maximal 15 Sekunden angezeigt, und generiert nicht so viel Aufmerksamkeit wie Bewegtbild. Falls Sie dennoch Bilder verwenden wollen oder müssen, bietet Facebook ein Vorlagenset, mit dem Sie aus schon auf Facebook hochgeladenen Bildern direkt eine Story-Ad erstellen können. Haben Sie ein passgenaues Story-Video erstellt, können Sie Ihr Video jetzt hochladen. Facebook übernimmt dessen Optimierung und Komprimierung. Da Sie im vorherigen Schritt unter Platzierung ausschließlich die Werbeplattform Facebook-Stories und Instagram-Stories ausgewählt haben, passt sich das Format Ihres Videos, wenn nicht sowieso schon im richtigen Format von 9 zu 16, automatisch an. Außerdem können Sie hier die wichtigsten Einstellungen vornehmen, wie eine Website-URL und optional einen Anzeigentext des Links einfügen und den Call-to-Action festlegen. Zusätzlich können Sie die Ad für verschiedene Sprachen optimieren und unter den erweiterten Optionen Ihr Conversion-Tracking einbinden. Schritt 4 – Anzeigenüberprüfung durch Facebook Teil der Werberichtlinien von Facebook ist die Prüfung der Werbeanzeige selbst. Diese passiert normalerweise innerhalb von 24 Stunden und wird im Regelfall auch zugelassen, wenn sich an die Richtlinien gehalten wurde. Neben der Gestaltung der Ad, dessen Text, Targeting und Positionierung prüft Facebook zum Beispiel auch die Landingpage, auf welche die Ad weiterleitet. Ist die Anzeige seitens Facebook überprüft worden, erhalten Sie eine Benachrichtigung, ob Ihre Werbeanzeige genehmigt wurde. Im Zuge der Genehmigung wird die Ad auch direkt online geschaltet. Ergebnisse zur Performance Ihrer Ad können Sie dann im Werbeanzeigenmanager einsehen. Wurde Ihre Anzeige seitens Facebook abgelehnt? Ein professioneller Videoanbieter wird dies nicht nur zu umgehen wissen, sondern auch Ihre passgenaue Social-Media-Ad produzieren, mit der Sie Ihr Ziel erreichen. Mind berät Sie gerne.